Yo, 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 Gang, David am Start hier für euch. Heute mit einem neuen Video, das erste Video 2020. Frohes Neues, falls man das noch sagen darf. Heute mal ein Oldschool 2BG. Ich hab einfach so überhaupt gar kein Topic, nur so ein paar Updates. Und ja, deshalb los geht's, wa? 2BG! Erstmal hoffen Jonas und ich natürlich, dass ihr alle gut ins Jahr 2020 gestartet seid. Bei Jonas und mir gegen Silvester eigentlich nicht so viel. Wir haben hauptsächlich gechillt im kleinen Kreis. Und irgendwann abends waren wir noch auf so einer ganz komischen Hausparty. So eine komische Studentenhausparty. Und da waren ganz, ganz, ganz viele komische Vögel. Da gab's sehr, sehr viele cringy Momente. Die Taxifahrt war auch ziemlich legendär. Der Taxifahrer wollte uns da alles Mögliche verkaufen. Aber das ist eine Story für ein anderes Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid auch gut ins Jahr 2020 gekommen. Bei uns war es ein bisschen stressig. Deshalb kamen jetzt auch nicht so viele Videos auf 2BG. Wir waren sehr busy mit Simply. Und ja, 2BG ist zwar eigentlich das Zugpferd von uns. Aber ja, leider haben wir das jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen vernachlässigt. Aber jetzt kommt hier auf jeden Fall wieder regelmäßig Content. Außerdem haben uns ziemlich viele Gangmember bei Instagram und auch hier bei YouTube geschrieben. Und gefragt, wann endlich das Video zu den Culture Culture Designs kommt. Und das Video kommt auch dieses Wochenende, Samstag oder Sonntag. Ich denke mir, anderthalb Monate, nachdem man Designs veröffentlicht, kann man die ja auch mal erklären. Dann wird ja auch langsam mal Zeit, ne? Auf jeden Fall außerdem noch eine Info. Und zwar haben wir jetzt gerade auch ein Video auf unserem englischen Kanal Reasy veröffentlicht. Und da geht es um Heineken. Man könnte es eigentlich ein kleines Mini-Expost nennen. Wir sprechen unter anderem über üble Marketingstrategien von Heineken. Außerdem sprechen wir darüber, wie die einige korrupte Regierungen unterstützen. Das Ganze hat natürlich auch wieder deutsche Untertitel. Deshalb könnt ihr das gerne mal abchecken. Und vielleicht so als kleinen Hintergrund für euch. Jonas und ich, wir dürfen mit Simplicissimus Reasy jetzt ja nicht mehr bewerben, weil wir Teil von Funk sind. Deshalb ist dieser ganz krasse Anfangspush mittlerweile ausgeklungen. Aber trotzdem wollen wir halt weiter natürlich an dem englischen Kanal festhalten. Und da mehr als einmal pro Monat ein Video droppen. Aber das lohnt sich halt aktuell einfach nicht so wirklich. Beziehungsweise es lohnt sich natürlich schon. Aber wir wollen halt mehr als ein Video pro Monat produzieren können. und gleichzeitig weiterhin viel Arbeit in die Videos stecken können. Und an dem Punkt sind wir halt aktuell einfach noch nicht. Deshalb liebe Gang, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann checkt gerne mal Reasy ab. Und ich meine, wenn ihr auch die Power habt, die Auferstehung so krass groß zu machen und so heftig zu hypen, dann könnt ihr das vielleicht ja auch mal mit unserem englischen Kanal machen. So, auf jeden Fall. Außerdem habe ich noch eine Album-Empfehlung für euch. Eventuell gab es die schon, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall höre ich aktuell das Rin-Album Nimmerland auf und ab. Jetzt werden natürlich einige hier sagen, Mööö, Autotune, Mööö, scheiß Texte und so weiter und so fort. Aber ich muss wirklich sagen, das Album finde ich einfach nur nice. Sehr melodisch, ich feiere die Texte, ich finde die Tracks auch sehr abwechslungsreich und es ist einfach kein 0815-Deutschrap. Natürlich gibt es da so den ein oder anderen unreinen Reim oder da gibt es auch so ein paar Passagen, die sich sehr nach Travis Scott anhören. Aber naja, darüber kann ich einfach hinwegsehen. Ich finde es trotzdem richtig gut. Ich fand es übrigens auch ganz witzig, wie einige Leute bei dem Video zu Billie Eilish von Jonas von vor, ich weiß nicht, einem Monat oder so geschrieben haben, dass die Meinung von Jonas einfach scheiße ist. Dass Billie Eilish Mainstream und scheiße ist. Ja, sie ist vielleicht Mainstream, aber das heißt halt nicht, dass sie scheiße ist, zwangsläufig. So, einfach nur haten, weil was Mainstream ist, ist halt Mainstream. Und Leute, die Leute haten, die Mainstream haten, also quasi ich, sind dann auch wieder Mainstream irgendwie. Weißt du, das kann man endlos lang spielen. Am besten wäre es doch einfach, wenn man gar nicht mehr hatet. Auf jeden Fall, ja, Swag darf man übrigens auch noch sagen. Ich benutze Swag auch noch andauernd. So, warum sagt man dann jetzt nicht mehr Swag? So, nur weil das ein Jugendwort war. Ich meine, es war nicht Moneyboy, der den Begriff geprägt hat. Man kann denen einfach immer sagen, hey, da hat jemand Swag. Why not? Ich verstehe es einfach nicht. Zu viel Negativity, Leute. Und wo wir gerade beim Thema sind, schaut euch mal das Video von kurz gesagt zu Gratitude an. Das ist einfach nur ein wunderschönes Video. Shoutout an die Jungs und das Video ist echt verdammt gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall sehr, sehr weit abgedriftet. Ich glaube, das nächste Video wird mal wieder ein bisschen besserer Content. Ich habe auf jeden Fall trotzdem noch ein paar Empfehlungen für euch. Und zwar zwei Netflix Stand-Up Specials. Einmal das von Dave Chappelle, Sticks and Stones. Und einmal das von Bill Burr, Paper Tiger. Beides richtig, richtig gute Stand-Ups. Könnt ihr euch einfach auf Englisch komplett geben oder halt mit deutschen oder englischen Untertiteln. Beide gehen einfach komplett auf die Political Correctness los. Außerdem noch ein nices YouTube-Video, was ich mir neulich gegeben habe. Und zwar kennt ihr eventuell Joe Rogan. Der macht so Podcasts und hat immer sehr, sehr nice Gäste am Start. Und ich glaube, im November war auch Edward Snowden da. Und ich habe mir das komplette Interview gegeben. Ist einfach hammer nice. Jonas hat mir auch das Buch von Edward Snowden zu Weihnachten geschenkt. Ich habe es noch nicht ganz durch. Auch wahnsinnig interessante Story einfach. Und in dem Podcast gibt ihr halt so eine Kurzzusammenfassung. In Anführungszeichen. Der Podcast geht, glaube ich, auch über zweieinhalb Stunden oder so. Kann man sich auch auf jeden Fall mal geben. Ansonsten, liebe Gang, hoffe ich, dass ihr einen nicen, nicen Abend habt. Wer Bock hat, Jonas und mich zu supporten, kann gerne mal das Reezy-Video abchecken. Ansonsten feiert gut. Bis zum nächsten Mal.